Gewalt war nie eine Lösung für unseren Propheten. Ich bitte euch, benimmt euch, lasst euch nicht provozieren von den Medien. Wir dürfen uns nicht von ihnen provozieren lassen. Du scheinst wohl nicht zu wissen, dass wir uns in allen Krieg befinden. Die Ungläubigen haben uns auf uns abgesehen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wenn der denn nicht getan hat, lassen Sie meine Sonde! Seitdem du einen Job in der Wange hast, hast du total geändert. Bist du jetzt ganz eingedurcht, oder was? Die sollten ganz normal da einen Bericht machen, über die Salafeste. Und nicht irgendeine bescheuerte Doku wie irgendwelche Moscheen. Mit dem Quatsch kann keiner was anfangen hier. ACH! Jetzt herrartig, bitte mach alle, ja, 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 kalt bitte. Doku wie immer, ja, 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 ja. Ein Extended Soul. Er kann ein guter, zuverlässiger Freund werden. Aber er kann auch zu dem personifizierten Albtraum werden. Buовалé! inherit me! Er... .